Wenn du die Menschen in der Tiefe triffst oder begegnest, das gibt mir so viel Schönes. Ich bin ja voll Kassi. Und ich sehe auch ganz viele Mamas oder Eltern, die mir schreien, meine Tochter ist so grosser Fan. Wie kann ich dich treffen? Oder kannst du mal mit dir auf den Berg gehen? Und das ist schön zu sagen, dass so junge Mädels mit vielleicht 10, 15 Jahren schon so eine Begeisterung haben und du bist ihr grosses Vorbild, das ist wunderschön. Und es zeigt mir auch, dass meine Bergsteigerei nicht nur aus Egoismus besteht und dass ich das nicht allein für mich tue, aber dass ich auch irgendwo irgendwas zurückgeben kann. K deseje, controls ihre Asamlie wird ... K είpes перек翔 tyt. Massach ej吊 ...